Die andere Seite, oh man, 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 man. Achso, du kannst ja in den Nether gehen und Glouster zu holen. Oder soll ich das machen, Kevin? Ich mach's gleich, ich muss noch ein paar Sachen wegbringen. Aber ohne Rüstung? Ja, ohne alles. Die greifen mich ja nicht an. Weißt. Pattern Chest, äh, da bin ich irgendwie ratlos gerade, weil das irgendwie eine Chest ist, aber irgendwie auch nicht wieder keine Chest. Die sollte sich eigentlich, die sollte eigentlich größer werden, wenn man die zusammen macht. Aber die wird halt nicht größer. Ja, Kevin, aber wir könnten auch das so machen, ne, guck mal. Das sieht zwar verdammt komisch aus. Das sieht, äh, glaube ich, komisch aus, oder? Das sind nämlich keine Kisten. Das ist, äh, schreib noch. Ja, ich mach das nicht, das ist, 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 komisch. So. Dann mach ich mal ja richtiger. Ja, dafür braucht man so viele Sachen. Ähm. Ach, Dennis hat die ganzen... Güsalen. Ach, ich muss es erst mal normal sein. Mit einem nehmen wir eigentlich schon auf. Und, äh, seit um zwölf. Ja, sehr viel. Hier kann ich aber auch noch was essen. Ah, das war ein Spade. Okay, äh, ich hab hier ein paar Sachen weg und geh dann ins Netherer. Netherer, aber da muss er es wieder rausnehmen, ne, das ist, ja, schon, der war es nicht da einfach machen, das, und decken, das macht jeder. Sortieren, meine ich jetzt. Wie sortieren. Egal. Ich kenn dich, das machst du nicht so. Ähm, ach so, ich hab den Sound ja so leise gemacht, wegen den Türen, ne, den mach ich mal wieder lauter. Und, wer hat denn noch keinen Halsband? Du hast keinen Halsband. So, jetzt hast du einen Halsband bekommen. Okay, ich geb dir. Und dir. Bitte, 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 ein weißes. Ah, nee, das sind zwei weibliche, scheiße. So. Nein, jetzt machen die rum. Nein, mach einen Dreier. Scheiße. Ich hab, ich hab das voll der falsche Reihenfolge gemacht, außer sehen. Weil der Blaue muss mit den Gelben machen, damit ein Weißer entsteht, aber ich hab's leider verkackt. Ich bin ein Lug. So, nun. Ups. Gelb, gelb, gelb. Ganz viele Gelber. Lol, lol. Sollten wir ihn mal gleich töten, wenn wir zufüllen haben. Aber noch nicht, noch nicht, weil wir die Chance haben dann. Lol, lol, lol. Hier, 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 äh, nicht, nicht frazieren, ähm, Dennis, tu mal deine Goldene hier rein. Ja, gar keine. Ich hab alle Goldene waren getrunken. Wir hatten nur drei Gold, okay. Dann sind die doch selten. Okay, äh, Dennis, ähm. Achso, ich wollte schon die Diamant mitnehmen. Hast du Platz in deinem Winter? Äh, ja. Ich hab alles leer, eigentlich. Äh, warte mal. Wie konnte man die nochmal abbauen? Ich find kein Klaus-Dorn. Äh, Kevin, wie konnte man nochmal die, äh, die, 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 die Diamant-Ding abbauen? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung, brauchen wir Nassau-Worzen? Ja. Hä, wie war das nochmal? Wie haben wir das abgebaut gekriegt? Kevin, wir haben das doch irgendwie abgebaut gekriegt. Ah, so. Ja, hast du was gemacht? Äh, mit, mit ne... Hast du denn? Was? Ja, ich hab die Kiste, ja. Ja, gib mal bitte die Kiste. Kann jemand mal schon mal ein Feld, ein kleines Feld anrichten für mich? Hab ich sie wieder? Dein Evental ist voll. Der ist nicht voll. Das schwirren sogar Ding, ich schwirren sogar Ding, weil ich das wegschmeiße. Deswegen sollst du ja auch wegschmeißen, dass ich das bekomme. Ich seh das in Grün-Pilz. Und da auch. Was machen die? Ah, da ist es. Das, genau das wollt ihr machen. Leute. Was machen die komischen Meeren? Ich hab keine Ahnung. Ähm, wow. Ich hab Schaden bekommen. Hä? Warum hab ich hier Schaden bekommen? Hier so gesprungen. Okay. Ähm, ja. Äh, die Diamant ist halt die wertvolle Kiste. Ähm. Wir müssen eine Doppelkiste davon machen, aber wir haben leider nicht genug Diamanten. Ah, perfekt drei. Ähm, hier. Perfekt, so. Ich hab ein Baum. Da kommen Diamanten hin. Äh, und sollen wir sagen, nee, Essenze wieder Starpiece. Moment. Wo so nur Diamanten brauchen wir noch für die, ähm, Zauberstäbe. Ja, nee, nee. Erstmal alles reintun. Okay, weil Diamanten, die hab ich in der Essenztruhe reingemacht. Ja, das ist die für das Craften, da ist ein Jahr, als man komplett neu ansetzen. In der ist Klaus, dann komm ich nicht ran. Äh, okay. Warte mal kurz, ich kann, wieso kann ich an meinem Backpack nicht nehmen? Das so hinkt. Ja, glaub schon. Äh, was ist los? Ah, jetzt geht's. Ja, es hat grad'n bisschen gemacht. Bei der Essenztruhe, da ist noch ein Diamant, kann stehen. Bei mir ist der Inventar voll. Ja, 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 ach so. Du hast wahrscheinlich, ähm, sehr viel Grünzeugs, ne? Ja, ich hab' alles Grünzeugs. Okay, dann mach' ich mal hier. Oh, Mann. Ist das alles voll. Ich hab' hier irgendein fucking... Tu mal, alles hier rein, was nicht Grünzeugs ist. Du sitzt nicht, von wo ich gekommen bin. Tu mal einfach mal hier hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Geist greift an. Oh mein Gott, oh mein Gott, Geist greift an. Ich hab' rein, ähm, rein gemacht. Und sortiert alles, was nicht, äh, Gras ist. Und dann geh, äh, geh in die anderen Kisten und guck' alles, was, ähm, so, aus, äh, wo Vegetation ist. Der Winter ist wieder voll. Ist das schon voll? Ja. Ja, okay, äh, aber du hast noch, noch dein Backpack. Jetzt schon hängt es schon wieder. Ja, weil ich in der Woche irgendwas, ähm, ich greif mich, jetzt viele Viecheräuern, ne? Ja, und du generierst wahrscheinlich noch die Welt. Ach so, ja. Ach so, und dann ist er eine Hex-Situation mit dem Mods. Eieieieie, okay. Äh, weiter, ja, ich hab' bei mir noch Platz. Oh, ne, bis aufs Gehört, ich bin fast tot, ey. Ja, ja. Ich sag' dir nämlich nicht mehr auf. Moment, dann muss ich mal ganz schnell meine Sachen in den Rucksack. Einfach in den Rucksack rein tun. Ich bin nur ein. Ich darf nicht an deiner Item-Umlaufbahn gehen. Mein, nein, das vier hat mich schon weckt. Das war's mit deiner Karriere. Okay, ich setz den Rucksack hin. Ich bin fast tot. Okay, ne, ich doch nicht. Das ist ne Potion. Ich hab' nen Knochen bekommen. Hab' ich ne Potion? Egal. Ja, zwei Stück, schon wieder ne neue Sense. My girl. Hab' die Girl? Ich hab' nen Knochen von dem Wisserskelett bekommen. Knochen? Ah, nice. Okay, dann brauche ich das nämlich ab. Mein Rucksack hat noch zwei Slots. Ich versuch' grad' den Weg zurückzufinden. Verzweifelnd. Ne, nicht einsammeln. Oh, gut. Gefunden, Gefunden. Okay, da war'n Endopigmen. Da ist runtergefallen. Das hab' ich's abgebrochen. Ich bin der Endopigmen. Okay, okay, okay. Da ist die Bricker. Ich komme Portal. Die letzten paar Meter sterb' ich nicht. Und wenn fall' ich in der Falle. Hm, hab' ich... So, Dennis, komm. Lass uns gehen. Okay, erstmal hier. Bam. Slade. Was laid by Lava. Ach, wir können das sogar so machen. Dennis. Wir können das nebeneinander setzen, weil das verschiedene Items sind. Okay, hier kommen, äh, die ganzen grünen Zeugs hin. Okay? Ich... Kann ich schön alles in mein Inventar legen. Oh, ich hab' hier noch was, was nicht grün Zeugs ist. Was ist denn noch? Ne, ne, ist egal. Behalt das erstmal. Ich muss aber auch da rein. Boah, was ist das? Okay, ich komm' zurück, ne? Okay. Wie, da steht ein Creeper. Keine Garantie. I'm back, Leute. Ich weiß, dass man diese Kisten nicht sortieren kann. Ja, weil das leider ein anderer Mod ist. Hm. Schade. Kannst du doch... Nein, die großen Kisten nicht. Achso, nicht. Äh, zum Beispiel ist die Mand-Kisten geht nicht, weil es ein anderer Mod ist. Okay, äh, Dennis. Also, Leute, was wollt ihr haben? Was, äh, im Moment... Oh, nice. Das machen wir einfach alles. Ne, erotik-Bohm. Was ist das nehmen? Ich will noch was nehmen. Ghostwood! Oh, mein Gott. Dann kann man was Gutes anfangen. Nicht wegwerfen, nicht einfach so verwenden. Na klar, pflanze ich das... Ich pflanze das Ding. Ja, wieso habe ich einen Hockshot? Ich plante jetzt das Ding hier... Wolle ich nicht in den Rucksacken? Loll. Ich hab... Ihr habt das eigentlich. Ob so, will ich den Hockshot wieder? Nein, nein, wir haben ja jetzt in die Kisten rein tun. Einfach in die Kisten rein tun. Und das in der Kategorie müssen wir jetzt alles, ähm, halt machen, okay? Wo ist Nesser? Äh, ne, ist das keine Kategorie da noch? Da gibt's jetzt eine. Nein, du tust einfach irgendwo was rein. Und sortierst direkt, okay? Das ist nur die Sache. Du musst... Achso, äh, denn er ist hier... Hier ist ganz viel Grünzeugs dran. Ich hab hier mal so ein Teil hingeblendet. Die von ist auch noch Grünzeugs. Äh, ich glaub, wir brauchen mehr. Ich brauch' Essen. Das kann voll. Ich geh' jetzt mal runter. Wow, ich werd' über Tipeet. Ich mach' weiter mal die Form mit. Messerwarzen. Äh, ja. Wird Messerwarzen verstanden. Wir haben noch fünf Worte, ist hier in Summer Girl. Alter, wir sind voll Fame. Fame? Was hat das mit Fame zu tun? Nix. Ähm, dann tue ich die da hin. In welche Richtung erwart' auch mir die Form? Äh, warte kurz, ähm. Ich mach' erstmal hier vorne, obwohl ich was sehe. Wo willst du den Farm bauen? Direkt daneben mit. Äh, dann, dann Kevin, ich will noch die, äh, Barry Farm bauen. Deswegen, ähm. Da tragen wir halt den Berg ein bisschen ab. Nee, das sieht dann komisch aus, Kevin. Mach mal hier vorne. Hier vorne haben wir doch einen. Oder nee, ein Nennerhäuschen sollten wir bauen. Nee. Ich hab' die Idee, perfekt, Kevin. Bau' hier einen Tunnel. Nee, wir machen, nee, beim Portal einfach mit dem TV. Ach so, ja, oder so. Ja, da passt's. Äh, ja, Dennis, weiter geht's. Weiter, weiter und weiter. Nein. So, da ist noch Grünzeug, Dennis. Ich geh' gleich nochmal los und ein bisschen Seelensand holen. Soll ich mir lohnen, auch zu grünen Zeugs machen. Jupp. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die normalen Kisten weiter benutzen sollen. Weil die kann man ja sortieren. Weiter. Ich will nochmal anders auf. Dennis. Ich weiß nicht. Ich glaub' wir benutzen die ganz normalen, weil die kann man sortieren und, äh, die sind sehr billig. Weil so müssen wir übel viel Eisen für die, ähm... Oh mein Gott. ...wenn das da verbrauchen. Ich bin, ich bin zu den Teile runtergefallen in Nesser. ... vì sowas. Ich bin, ich bin ja ...